Die Ehrenpreise und Glückwünsche sind überbracht und meine Damen und Herren, jetzt fehlt ein Ehrenpreis, nämlich Ihrer. Ihr Applaus auf der Ehrenrunde, Christopher, auf geht's! Okay, Moment. Moment, Moment, Moment. Da hat er sich kurz erschreckt. Das macht nichts, wir helfen ihm wieder aufs Pferd. So, bitte Bügel aufnehmen. Auf die Plätze, fertig und weiter geht's! Der Sieger im Fraportpreis. Der Sieger im Fraportpreis-Championat von Frankfurt, Cornet Spirit, Christopher Klesener! Der Sieger im Fraportpreis!